Wählen Sie aus und setzen Sie ein. Er hat einige Freunde. Alle verstehen alles. Viel Glück! Nach vielen Jahren verstand er noch immer nichts. Jeder mag Sie. Ich esse vor allem Fleisch. Es hat ein wenig geregnet. Sie hat viele Probleme. Mehrere Leute waren betrunken. Und noch einmal. Er hat einige Freunde. Alle verstehen alles. Viel Glück. Nach vielen Jahren verstand er noch immer nichts. Jeder mag Sie. Ich esse vor allem Fleisch. Es hat ein wenig geregnet. Es hat ein wenig geregnet. Mehrere Leute waren betrunken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao! Tschau! Hallo! In diesem Video sehen wir uns einige Verben mit Genitiv genauer an. Ja! Er ist des Mordes angeklagt. Dieser arme Staat bedarf massiver internationaler Hilfe. Der Mann wird der Tat beschuldigt. Sie bezichtigen ihn der Spionage. An diesem Tag gedenkt man der Toten. Er wurde der Tat überführt. Jeder verdächtigte jeden der Lüge. Und noch einmal. Er ist des Mordes angeklagt. Dieser arme Staat bedarf massiver internationaler Hilfe. Der Mann wird der Tat beschuldigt. Sie bezichtigen ihn der Spionage. An diesem Tag gedenkt man der Toten. Er wurde der Tat überführt. Jeder verdächtigte jeden der Lüge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Adjektivendungen an. Ich habe einen unbekannten Mann kennengelernt. Die unbekannte Sängerin kommt aus Frankreich. Die hübsche vergoldete Figur ist groß. Diese vergoldete Fassade ist schrecklich. Der gestohlene Keks war eklig. Die gestohlenen Sachen sind wichtig. Der entwendete Keks wurde zurückgegeben. Der entwendete Schmuck war hochwertig. Mein wieder aufgetauchter Kuli ist ganz rot. Der zurückgegebene Ring war teuer. Und noch einmal. Ich habe einen unbekannten Mann kennengelernt. Die unbekannte Sängerin kommt aus Frankreich. Die hübsche vergoldete Figur ist groß. Diese vergoldete Fassade ist schrecklich. Der gestohlene Keks war eklig. Die gestohlenen Sachen sind wichtig. Der entwendete Keks wurde zurückgegeben. Der entwendete Schmuck war hochwertig. Mein wieder aufgetauchter Kuli ist ganz rot. Der zurückgegebene Ring war teuer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Die Grafik beschreibt die Zahl der Studenten, der Raucher in Deutschland. Der ist jeweils Genitiv. Oben, unten, links, rechts kann man auf der Grafik sehen, auf der Grafik Dativ. Im Vordergrund, im Hintergrund ist ein Punkt, Punkt, Punkt zu sehen. Die Mehrzahl der Studenten, der ist wieder Genitiv, machen. Die meisten Studenten machen, Nominativ. Viele oder wenige Studenten machen, kein Artikel. Männer sind im Vergleich zu Frauen öfter, seltener und so weiter. Im Vergleich zu ist ein fester Ausdruck. Die Grafik beschreibt die Zahl der Studenten, der Raucher in Deutschland. Der ist jeweils Genitiv. Oben, unten, links, rechts kann man auf der Grafik sehen, auf der Grafik Dativ. Im Vordergrund, im Hintergrund ist ein Punkt, Punkt, Punkt zu sehen. Die Mehrzahl der Studenten, der ist wieder Genitiv, machen. Die meisten Studenten machen, Nominativ. Viele oder wenige Studenten machen, kein Artikel. Wenn man die Männer mit den Frauen vergleicht, den Frauen ist Dativ Plural. Männer sind im Vergleich zu Frauen öfter, seltener und so weiter. Im Vergleich zu ist ein fester Ausdruck. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Endungen an. Was wünschen Sie zum Essen? Ich hätte gerne den gegrillten Fisch. Aber bitte nicht mit gemischten Gemüse und feiner Buttersauce. Könnte ich stattdessen bitte einen kleinen Salat bekommen? Aber natürlich. Diese Region hat die höchste Arbeitslosenquote des Landes oder im Land. Glück gehabt hat der Vater eines dreijährigen Sohnes, weil seine Freundin einen festen Job hat. Die Leute erlernen einen zweiten Beruf. Ein Obdachloser sucht ein Zimmer. Und noch einmal. Und noch einmal. Was wünschen Sie zum Essen? Ich hätte gerne den gegrillten Fisch. Aber bitte nicht mit gemischten Gemüse und feiner Buttersauce. Könnte ich stattdessen bitte einen kleinen Salat bekommen? Aber natürlich. Diese Region hat die höchste Arbeitslosenquote des Landes oder im Land. Das Land liegt nämlich an der traurigen Spitze. Glück gehabt hat der Vater eines dreijährigen Sohnes, weil seine Freundin einen festen Job hat. Die Leute erlernen einen zweiten Beruf. Ein Obdachloser sucht ein Zimmer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir die Endungen der Possessivartikel ein. Mein Bruder wäscht mein Auto. Nominativ. Meine Tante kennt einen Onkel. Nominativ und Akkusativ. Unsere Freunde sehen meinen Opa. Nominativ und Akkusativ. Ihre Geschwister kommen heute zu uns. Nominativ. Euer Vater hat kein Auto. Nominativ und Akkusativ. Er nimmt meine Taschen mit. Akkusativ. Wir kennen unsere Lehrerin. Akkusativ. Du isst deinen Burger. Akkusativ. Seine Autos sind in der Garage. Nominativ. Und noch einmal. Ich wusch meine Hände. Akkusativ. Mein Bruder wäscht mein Auto. Nominativ. Meine Tante kennt einen Onkel. Nominativ und Akkusativ. Unsere Freunde sehen meinen Opa. Nominativ und Akkusativ. Ihre Geschwister kommen heute zu uns. Nominativ. Nominativ. Ihr Vater hat kein Auto. Nominativ und Akkusativ. Er nimmt meine Taschen mit. Akkusativ. Wir kennen unsere Lehrerin. Akkusativ. Du isst deinen Burger, Akkusativ Seine Autos sind in der Garage, Nominativ Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao! Setzen Sie ein. In diesem Video gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Was bedeutet das Wort? Das weiß ich nicht. Ich bin davon nicht überzeugt. Damit habe ich nicht gerechnet. Sie arbeiten jeden Abend. Ich war pünktlich. Du bist zu spät. Früher war alles besser. Heute ist alles schlecht. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Zuerst kannte ich niemanden. Jetzt kenne ich alle. Zuerst war er begeistert. Später weniger. Früher so. Heute so. Und noch einmal zur Wiederholung. Setzen Sie ein. In diesem Video gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Was bedeutet das Wort? Das weiß ich nicht. Ich bin davon nicht überzeugt. Damit habe ich nicht gerechnet. Sie arbeiten jeden Abend. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Zuerst kannte ich niemanden. Jetzt kenne ich alle. Zuerst war er begeistert. Später weniger. Früher so. Heute so. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Ich habe keinen Platz. Akkusativ. Akkusativ. In meiner Wohnung bin ich selten. Dativ. Ich besitze kein Auto. Akkusativ. Ich habe keine Waschmaschine. Akkusativ. Da war kein teures Modell. Nominativ. Keiner will so eine Wohnung. Akkusativ. Ich hatte eine Idee. Akkusativ. Ich suche eine neue Wohnung. Akkusativ. Mit einem Balkon. Dativ. Das bezieht sich auch auf mit. Mit einem großen Wohnzimmer. Dativ. In einer zentralen Lage. Dativ. In der Nähe einer Haltestelle. Genitiv. Akkusativ. Ich möchte keinen Lärm hören. Akkusativ. Eine helle Wohnung. Akkusativ. Keine dunkle Wohnung. Akkusativ. Akkusativ. Ich habe keine weiteren Wünsche. Akkusativ. Ah, ein Aufzug wäre schön. Nominativ. Ich brauche eine Garage. Akkusativ. Meistens gibt es keinen Garten. Akkusativ. Akkusativ. Aber manchmal einen Hof. Akkusativ. Akkusativ. Wo finde ich eine gute Wohnung. Akkusativ. In einer guten Lage. Dativ. Ich habe gesucht, aber keine gefunden. Akkusativ. Akkusativ. Ich schreibe eine Firma. Dativ. Aber bekomme keine Antwort. Akkusativ. Akkusativ. Meine Suche geht weiter. Akkusativ. Nominativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ich bin mit. Ich bin mit. Ich bin mit einem Körner. Ich bin mit. Ich bin mit. Ich bin mit. Untertitelung des ZDF, 2020